Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Ich spiele heute etwas Verrücktes und zwar Dreifach Stahlobor, Dreifach Stahlos, Dreifach Flunschleck, wie man es möchte. Dreifach Stahlboden und das in der Hyperliga. Okay, das geht. Es ist nervig, wenn du die neue Feuerattacke hast, die Magieflamme. Ansonsten geht es... Oh, ich habe tatsächlich, weil ich vorhin noch ein Rate gemacht habe, hier die Erdbebenattacke drauf. Und da ist Magieflamme, du schwächst mich also ab. Alles klar, mein Freund. Sehr, sehr interessant. Das Matchup wird durch diese Attacke etwas besser für dich, aber egal. Ich mache das wieder nichtig, mein Freund. Das heißt, es ist wie vorher. Du machst genauso viel Schaden wie ich, ich mache genauso viel Schaden wie du. Okay, du müsstest jetzt anhand meiner Energie eigentlich wissen, dass das hier kein, ich wiederhole, kein Knirscher sein kann. Der wäre vielleicht jetzt gar nicht schlecht gewesen, dass ich den mit habe. Weil das hier macht halt absolut kein Damage. Aber jetzt wieder, oder? Guck mal, setzt du im Gleichstand wieder ein? Nein, tatsächlich tust du das. Ich bin halt mit meinem gesamten Team etwas anfällig gegen dich. Gehe ich jetzt mit einem Schildvorteil in Flunschlik? Ja, ne? Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt deine Attacke. Ähm, ich lasse die erste jetzt durch und hole mir noch ein bisschen Energie. Magieflamme wird nervig, ne? Das weiß ich. Egal. Nein, 1, 2, 3, 4, 5. Du resistierst einfach alles. Warum? Ey, jetzt mal ohne Mist. Das befeuert doch wieder die Algorithmus, Leute, ne? Aber das Ding nimmt mich ja komplett, hops. Das nimmt mich ja von vorne bis hinten auseinander. Oh Mann, das zieht mich weg. Stein wird resistiert. Das andere wird resistiert. Hier wird einfach alles resistiert. Komm, ich zeige dir noch mein Spicy Team, mein Freund. Einfach nur, damit du weißt, womit du es hier zu tun hast. Und zwar mit keinem guten Spieler. Ich wollte die Gesteinsanimation machen. Okay. Das hier ist echt nervig, ne, meine Freunde? Das ist gerade so richtig nervig. 1, 2. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich glaube, ich gehe jetzt auf die Gesteinsattacke. Falls du auf den Trichter kommst, wir könnten ja mal abfangen. Oh, du schildest. Okay, das heißt, 1, 2, 3. Dann setzen wir trotzdem ein. Ich hatte die Befürchtung, dass du vielleicht auf Drifzeppeli abfangen willst. Deshalb bin ich auf den Gesteinsmove. Du gehst aber hier drauf. Das ist gut. 1, 2, 3, 4. Okay, vorher komm ich dran. So, mein Freund. Ist dein letztes Pokémon Stahlobor-Anfänger anfällig? Oder vielleicht auch nicht. Du guck mal. 1, ich schilde auf jeden Fall. Ich hab drüben Energie, ne? Ich könnte ein Snipe versuchen. Oder was meint ihr? Ja, ne? Komm schon, geh raus. Oh, ey. Oh, lass mich doch einsetzen. Du siehst nicht Stahlobor-Anfällig aus. Oder meine ich das nur? Ich meine, Hälfte deiner KP sind weg. Jetzt farmst du ganz entspannt. Okay, das heißt 1, 2 und dann bin ich weg. Weg vom Fenster. Dreifach. Boden, Stahl, Stahlboden. Ähm, kratzt mich am Ohr. Maybe. Das war halt ein Schuss in den Ofen, ne? Manche Teams sind zu spicy und sollten möglicherweise nicht nachgemacht werden. Hey, wenn du das siehst, ne? Und dir denkst, oh, das Team sieht ja richtig cool aus, ne? Das mache ich ja so, nein. Nein, nein, machst du nicht. Das ist, nee. Das Team ist Grütze und bedarf keiner Wiederholung. Ich wiederhole. Oh, wundervoll ist Shiny. So, by the way. Ich wiederhole, es bedarf keine Wiederholung. Hey, ist das das nächste, wo ich aufs Maul kriege? Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Wenn ihr dranbleiben wollt, wie ich das ganze Video vernascht werde, dann nicht abschalten. Dann müsst ihr jetzt aber auch dranbleiben. Was meint ihr? Wie hoch ist meine Möglichkeit, hier jetzt noch ein Erdbeben reinzudrücken und den vielleicht zu besiegen? Ich glaube nicht hoch. Ich glaube nicht hoch. Was meint ihr? Kann ich einen Move erstmal überleben? Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Ich darf eigentlich nicht noch ein Schild investieren, ne? Bitte nicht. Bitte geh nicht drauf. Eins. Nicht verschätzen. Star, los. Star, los. Star, los. Sehr gut. So, mein Freund. Wenn du jetzt chilltest, wäre halt echt, ja. Rollenbrot hops genommen, ne? I get. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Als wäre das so zu erwarten von mir, dass ich jetzt auf Erdbeben gehe. Wie werde ich dich nur los? Ja, sieh du, Alter. Sing mal eine Runde. Wie werde ich dich nur los? Scheiße. In meinem Keller ist, ne? Na? Komm schon. Es läuft nicht. Maulwurfmann kann hier auch leider nichts reißen, ne? Okay. Warum spiele ich sowas? Warum mache ich das? Warum zieht ihr euch das rein? Bitte. Nein. Okay. Warte mal. Du bist jetzt bei einer Attacke. Bei einer. Mhm. Das heißt, eins. So. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Elf. Zwölf. Zwölf und drölf. So. Das Gute ist, ne? By the way, das Gute, mein Freund. Ich, ähm, kann das so ein bisschen aushalten hier. Eins. Zwei. Ich habe eh nicht mitgezählt und du spielst einfach nur auf Zeit, mein Freund. Das weiß ich. Oh. Hey. Digi. Noch ein Shiny. Du alter Flexer. Du alter Flexer. Eins. Zwei. Drei. Wir haben ja gelernt, das war... Hey. Seht ihr, das meinte ich. Habe ich nicht letztens einen Gleichstand mit meinem Giratina verloren? Hier gewinnt der Gegner einen. Vielleicht hat... Ist das hier ein Hunderter, oder? Warum gewinnt er hier den Gleichstand? Ich habe doch letztens mit meinem Giratina den Gleichstand verloren. Oder irre ich mich da jetzt? Eins. Zwei. Drei. Vier. Ich glaube, dass ich den bei mir verloren habe, den Gleichstand. Von daher wundert mich das jetzt ein bisschen, dass ich das hier nicht gewinne. Oh nein. 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 Er macht sowas mit mir. Er macht sowas. Er erwischt mich voll. Oh mein Gott. Ey. Ich hasse es. Ach komm. Lass mich dich wenigstens wegklatschen. Ja, das war's. Hey. Eklig. Schöner Snipe. Da vom Marb. GG. Schön gespielt. Der Move war gut, aber ich kann dich nicht leiden. Ach so. Ich wäre sowieso Matsche gewesen, weil da noch sowas auf mich wartet. Natürlich wäre ich einfach Matsche gewesen, weil noch das auf mich wartet. Was sollte denn da sonst auf mich zukommen? Meint ihr, ich habe ein gutes Matchup? Ach, Quark. Quark. So, ich will ein Win. Ein Win. Komm. Das ist nicht mal viel verlangt. Echt nicht. Nein, nein. Zwei Wins sind auch nicht viel verlangt. Komm schon. Oder jetzt noch positiv rausgehen. Auch nicht. Das hier. Ähm. Ja. Kann man mögen. Muss man aber nicht. Äh. Wie spiele ich das am besten? Wie mache ich das am besten gegen dich, mein Freund? Ist vielleicht die alte, die gute alte Psycho-Beißer-Strategie die richtige? Hm. Wer weiß das schon? Also ich nicht. Ich weiß es leider nicht. Ich würde mich sehr, sehr ärgern, ein Erdbeben durchzulassen. Da ich schon tanky bin, kann ich andere Attacken wesentlich besser wegstecken. Du hingegen nervst mich. Du hast einen nervigen Kampftyp und einen Pflanzentyp. Das heißt, ich bin mit Psycho-Beißer, fahre ich hier aktuell leider am besten gegen dich. Was natürlich nicht optimal ist. Ähm. Sei mal dahingestellt. Ich kann hoffentlich eine Sanktoklinge überleben. Das hoffe ich nämlich sehr. Zack. Oh. Tatsächlich. Und gar nicht mal so schlecht. Ja. Stahl aus seiner Führung vielleicht ganz okay. Maybe ein Knirscher wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber der Schaden hier bei dir, das kann sich eigentlich sehen lassen, mein Freund. Ähm. Wer macht denn besseren Schaden und ist in der Situation hier brauchbarer? Ich glaube, dass ein Steinhagel, egal von wem, maybe ausreicht. Oder? Ich will mich da jetzt auch nicht aus Falsche verlassen. Wirst du abfangen oder bleibst du da drin? Ah. Fragen über Fragen. Wir gucken mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vom Attacken-Timing her kannst du hier gar nicht abfangen. Das heißt, dich besiege ich erstmal. Und selbstverständlich ist hier wieder ein Pokémon bei, welches hier beide Attacken resistiert. Du gehst drauf. Kommt mein Reiser zurück? Oder zeigst du mir dein drittes Pokémon? Kann mich das auch noch hops nehmen? Kann mich dein drittes hops nehmen? Oh. Es sieht erstmal noch nicht danach aus, da du damit nicht reinkommst. Hast du vielleicht ein Pokémon noch dabei, mein Freund? Ein Pokémon im Petto, das nicht gerade gut ist gegen mich? Hey. Die Möglichkeit ist da. Leider hast du, Gaia, zu viel Energie. Ich weiß nicht, ob ich einen Eissperr überleben kann. Ich würde danach einfach rausgehen. Oh, Erdbeben. Du gibst direkt Energie aus. Das ist tatsächlich gut. Die Frage ist, wie viel du von dieser kostbaren Energie hast. Leider too much. Leider too much, mein Freund. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt am besten handeln soll, weil du vielleicht abfängst. Eins. Zwei. Drei. Zwei. Nein. Wie random war das denn jetzt abgefangen? Jetzt mal ehrlich. Das kann doch nicht mehr geplant sein. Tromborg. Ich werde dich nicht los. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Oh. In dem Samenbomben-Gleichstand. Oder warst du schon sieben? Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber wir gehen hier halt wieder drauf. Wir gehen hier halt locker. Flockig erneut drauf, meine Freunde. Und ich wage zu bezweifeln, dass das gut ist. So eins. Zwei. Ei. Dreifach Stahl und Boden. Oh mein Gott. Tut es nicht. Was man nicht alles für Content macht, ne? Meine Freunde. Was man nicht alles für Content macht. Ich hoffe. Ich hoffe inständig. Aus irgendeinem Grund. Kann euch dieses Video unterhalten. Unterhalten. Hänger habe ich auch. Aber ist ja nichts Neues. Hey. Ich hoffe es kann euch unterhalten. Würde mich freuen. Soll ja irgendeinen Nährwert haben, ne? Arctos. Shiny. Ähm. Jetzt schwächst du meinen Angriff. Und wir sind quasi wieder bei Null. Dann schwäche ich dich wieder. Du schwächst mich, glaube ich, zwei Attacken später wieder. Und das geht dann halt immer so weiter. Aber ich kriege zwischendurch Attacken raus. So wie jetzt hier. Oh. Du hast jetzt schon einen Move. Ich wollte gerade sagen, die schon mehr Schaden machen. Leider schwächst du mich jetzt ab. Weshalb das. Ja. Es ist halt wieder ausgeglichen, ne? Ha. Interessant. Bekomme ich dich dann im Nachhinein so weit runter. Dass ich dich mit irgendeinem Boden Move runter farmen kann. Mit irgendwie Stahlebau oder Flunschlick. Das wäre fett. Es ist jetzt davon abhängig. Ich glaube, dass ich dich gefarmt kriege. Also komplett mit meinem Pokémon. Ob ich das möchte, ist was anderes. Du hattest ja hier schon mal keine direkte Antwort dagegen. Vielleicht hast du auch keine. Ich hoffe es zumindest. Geh einfach drauf. Perfekt gefarmt. Wichtig und richtig. Und hast du was Nerviges? Natürlich hat man hier was Nerviges mit. Was auch sonst, meine Freunde? Was auch sonst? Gleichstand gewonnen ist schon mal gut. Das ist schon mal richtig gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich zwei Schilde bekommen könnte. Ich würde mich darüber freuen. Das doofe ist jetzt erstmal, dass ich schilden muss. Ganz klar. Dann ist nochmal doof, dass ich danach raus wechseln muss und bei Flunschlick auch nochmal genauso viel Schaden kriege. Ich glaube nicht, dass sich runderfarm lohnt. Maybe kann man Stahlober noch als Schild benutzen. Okay. Das heißt, zwei, drei, vier, fünf, fünf. Okay, dann bist du jetzt bei null. Ich setze bei vier Attacken mein Erdbeben ein, damit ich dich nicht in einem Gleichstand erwische. Hoffentlich fängst du nicht ab. Wir müssen aufpassen. Eins, zwei, drei. Aha. Eins, zwei, drei. Ja, ich habe extra, extra overfarmt. Du müsstest jetzt bei vier Attacken sein, oder? Vier. Das heißt, fünf, sechs, sieben, sieben. Waren das jetzt sieben oder sechs? Hast du deinen nächsten Move bei sechs? Ich bin schon wieder raus. Ich bin so lost, ne? Das heißt, eins, zwei. Du bist jetzt bei zwei Attacken. Ich werde dich nicht los, mein Freund. Zwei, weil ich da nicht drüben zu einer Attacke komme. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Wechseluhr. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Eine Sekunde mehr und ich hätte noch rauswechseln können. Cresselia und Macho in der Backline. Natürlich. Was auch sonst? Was sollte mich auch sonst erwarten? Ja. GG. Und dich werde ich nicht mehr los, weil du mich danach einfach mit einem Konter wegklatscht. Dreifach Stahlboden. Oh mein Gott, es ist so nutzlos. Dieses Team ist sowas von nicht zu gebrauchen. Ich gebe nicht auf. Absolut nicht. Komm schon. Ich habe noch einen Kampf. Einen Kampf, um hier positiv rauszukommen. Und alter Schwede, ich werde es nutzen. Ich werde es nutzen. Wir wollen das nicht. Ich will das nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Was kommt rein? Du. Du willst besiegt werden. Ich sehe das. Ich spüre das. Tentoxa. Ja, das ist schon mal okay. Siede, Wasser. Ja, passt. Ich habe aber Psychobeißer und Erdbeben und alles. Also ich bin gut aufgestellt, mein Freund. Ich resistiere deine sofort Attacken. Hey, das ist ein guter, ein guter, guter Anfang. Eine sehr gute Führung. Etwas, womit ich möglicherweise arbeiten kann. Hm. Wie geht es weiter, meine Freunde? Das ist schon mal sehr solider Schaden. Meine Sofortattacken sind jetzt noch stärker. Und meine nächste Ladeattacke macht dann noch mehr Schaden, da ich dich jetzt schon abgeschwächt habe. Siede, Wasser. Bitte nicht die Abschwächung. Okay. Okay. Wir sind immer noch fett im Game, meine Freunde. Und zwar so richtig fett. Leider hat Siede, Wasser schon Schaden verursacht, ne? Das tat schon weh. Muss man ja mal auch eingestehen. Hm. Verteidigung sinkt. Soll ich einmal schildern und komplett runterfahren? Du bist doch jetzt nicht so frech und kühlerst, oder? Wenn das jetzt Säure Speyer ist, habe ich direkt schon keinen Bock mehr. Boah, ist das wichtig. Das wäre so reudig gekommen, ne? Ich müsste komplett farmen können. Es sei denn, du machst das. Spielst du Standpauke? Du spielst Standpauke? Ist das dein Ernst? Wie krass bist du denn? Oder ist das doch, Konter? Es sieht total wild aus. Das sah nicht nach sehr effektiven Attacken bei mir aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Und? Du lässt durch. Das ist gut. Äh, doch, es ist Konter. Schau durch den Schaden an. Definitiv Konter, meine Freunde. Ja, moin, Meister. Was mache ich mit dir? Was? Tu ich mit dir? Du bist nicht cool. Du bist gar nicht... Oh mein Gott, Alter. Wer ist dieses Stahlo-Bau? Und warum... Warum stirbt das durch Pusten? Uff, einfach... Und er so, uh, Schaden gekriegt. 140er Hit. Was mache ich mit dir? Du wirst ja voll die tickende Zeitbombe, mein Freund. Du wirst ja eine endlos tickende Zeitbombe. Und natürlich muss da ein Kampf-Pokémon kommen. Er hat vorne einen Tentoxa, ne? Willst du mir dann direkt sagen, dass er da hinten noch ein Kampf-Pokémon hat? Das heißt, Tentoxa, Doppelfighter? Ja, easy, ne? Weil Feenschwäche und so. Bam, abgedeckt in der Führung. Was auch sonst. Steinhagel wird geschildet. Natürlich wird es das. Weil, warum auch nicht? Ist ja hier einfach Konter-City, ne? Es ist ja einfach Konter-City. Und lass mich raten. Meinen nächsten Steinhagel fängst du ab? Das heißt, wir setzen gar nicht erst ein? Richtig? Richtig. Okay. So, dich kann ich besiegen. Ich überlebe auch hoffentlich zwei Konter. Bekomme dann noch eine Attacke raus. Ich überlebe zwei Konter. Bekomme dann noch eine Attacke raus. Wird die dich besiegen? Ja, ne? Dann kann ich zumindest dein letztes Pokémon sehen. Es besiegt dich nicht mal. Und du farmst noch perfekt. Oh, komm schon. Hast du jetzt deinen Move? Easy. Easy. Warum auch Luck haben? Okay. Ich bin nicht Salty. Hört auf, das zu schreiben. Dein letztes Pokémon? Nach Tara. Zumindest kriegst du nochmal ein Erdbeben, das keinen Schaden macht. Das sah aber nach einer komischen Sofortattacke aus. War das Finte oder was war das? Das ist doch keine Standpauke, richtig? What? Quick Attack? Das ist auch kein Ruckzuck. Ist das Finte oder was? Was tust du? Warum tust du das? Warum? Geh. 5. 0 zu 5. Eine fette, fette, saftige Niederlage mit schmackhaften Punktverlust. Sehr geil. Ich hoffe, das Video konnte euch unterhalten. Wenn ja, dann stimmt mit euch irgendwas nicht. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und... Hallo Trainer und Haut rein. Ciao.